Und? Wie läuft's im Bett? Kriegt er noch einen hoch? Ich möchte gerne mal wissen, woher du diese Boshaftigkeit hast. Wieso? Ich denke, du willst ein Kind von dem. Wer will ein Kind von dem? Bitte, ich will das hier nicht in aller Öffentlichkeit! Meine Schwester hört ihre biologische Uhr ticken. Hm, das war bei mir auch so, aber es geht wieder vorbei. Ihr Typ ist Oberstaatsanwalt, so totaler Workaholic. Du hast recht erspricht, hm? Machst du das hier? Nein, 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 nein! Mensch, du bist hier! Sag mal! Ich verwalte das Geld! Du machst sie jetzt mal hübsch, mach dich frisch, zieh dich an, komm! Die Schuhe! Die hier kann ich unmöglich dazu anziehen! Ist egal! Hier, das für dich! So kann ich nicht rumlaufen! Ich seh aus, wie er... Du siehst sexy aus, verdammt nochmal! Das weißt du ganz genau! Stell dich mal nicht an! Vielleicht fällt's auf! Ich war mit was sehr wichtigem Beschäftigt... Das war's für dich! Das war's für dich! Das war's für mich! Das war's für dich! Ich war mit was sehr wichtigem Beschäftigt! Oh, das ist ja auch für dich! Bitte erspar es mir. Oh, nicht das, was du jetzt denkst. Ja, dann hättest du anrufen können. Bis zum nächsten Mal.